An alle, die uns kritisieren, weil wir hier gerade auf der Demo sind, anstatt in der Schule. Nein, wir schwänzen nicht gern die Schule. Ich will nach der Schule, nach meinem Abi, will ich Psychologie studieren. Ich weiß ganz genau, wie wichtig Schule für mich ist, wie wichtig gute Noten für mich sind. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sind schon die vier Fehlstunden, die wir jetzt im Monat haben? Die arbeiten wir nach. Das ist genau, als ob wir krank werden oder so. Also, das ist kein Problem. Und der Klimaschutz ist einfach verdammt nochmal wichtiger. Dazu hat auch Ralf Gute, ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch kennt, ist ein Kartonist. Er hat was getwittert, das meiner Meinung nach sehr gut zupasst. Kritiker von Fridays for Future glauben, dass ein paar fehlende Unterrichtsstunden irgendeine Bedeutung hätten. Wenn der Klimawandel nicht endlich zum Thema Nummer 1 wird, lebt in 20 Jahren niemand mehr, den ein Schulabschluss überhaupt interessieren könnte. Und das ist genau so, oder? Und wie gesagt, ich demonstriere nicht gerne in der Schulzeit, aber wir müssen es einfach, weil sonst werden wir nicht gehört. Und es kann doch nicht sein, dass wir nicht gefragt werden, wenn über unsere Zukunft entschieden wird. Dann müssen wir doch auch mal auf uns hören. Und jeder, der jetzt behauptet, es gibt keinen Klimawandel, den empfehle ich einfach, schlag eine Zeitung auf, informiert euch mal vernünftig. Denn der Klimawandel ist eine reale Gefahr und das wird ja nicht erst irgendwann, das ist ja jetzt schon. Ich habe da jetzt noch ein paar Zahlen und zwar wurde laut einer Studie des GHF, wir haben berichtet, es geht jetzt schon 315.000 Tote pro Jahr auf den Klimawandel zurück. Und das jetzt schon, nicht irgendwann, das werden noch viel mehr. Und jetzt kann mir keiner erzählen, wir müssen jetzt in die Schule gehen und dürfen nicht für diese Menschen, die da sterben, wegen dem Klimawandel, auf die Straße gehen. Und an die Leute, die jetzt wieder sagen, ja, aber die Wirtschaft, ja, natürlich, Wirtschaft ist auch wichtig, aber Wirtschaft und Klimaschutz, das geht zusammen und das muss auch einfach zusammen funktionieren. Ansonsten kommen nämlich extreme Kosten auf uns zu, die der Wirtschaft auch schaden. Es geht hier also um Menschenleben und auch um euer scheiß Geld, was ihr unbedingt behalten wollt, dann tut auch was für den Klimaschutz. Und auch dafür wieder Zahlen, wenn wir so weitermachen wie jetzt und das Klima nicht schützen, dann bezahlen wir bald 14 Billionen Dollar pro Jahr. Ja, ja, also wer will diese Summe zahlen? Ich nicht. Und jetzt nochmal an jeden, der jetzt wirklich immer noch sagt, geht endlich wieder in die Schule. Wir gehen wieder in die Schule, wenn ihr endlich was tut, wenn ihr euren Kram macht, dann gehen wir wieder in die Schule, macht eure Hausaufgaben, dann machen wir unsere. Wir streiken so lange, bis sich endlich was tut, deswegen hört auf zu diskutieren, ob das hier okay ist, was wir machen, ob die Schulen uns das erlauben dürfen oder nicht. Und verwendet die Zeit lieber auf vernünftigen Klimaschutz. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.